ODIEN Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer ODIEN und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich muss mal hier ein bisschen aufräumen und zwar habe ich was bekommen. Ist zwar ein Amazon Karton, aber das habe ich bekommen. Ich habe nämlich schon reingelukert, was das ist. Ob es das ist, was ich denke, dass das ist und das ist das, was das ist. Hat ein bisschen länger mit dem versenden gedauert. So und zwar ein Wireless Mikrofon. Das werden wir auch gleich testen. Erstmal machen wir auspacken, was da so mit bei ist. Ich gucke euch mal ein bisschen rum. Und zwar habe ich mir das deswegen geholt. Wir haben hier so ein Wireless Stick. Das kostet nicht viel. Und die haben gefragt, ob ich das testen wollen würde. Und ich sage natürlich, klar. Dann kann ich dann nämlich hier an die Kamera anschließen und hier mit quatschen. Das werden wir auch gleich noch testen. Und dann habe ich nämlich ein Wireless Mikrofon, was man in der Hand halten kann. Und nicht mein kleines Ansteckmikrofon. Dann kann ich nämlich auch mal zu Nemesis ins Studio fahren und mal so ein kleines Interview machen. Also da ist jetzt nicht viel drin. Unboxing hält sich in Grenzen, würde ich sagen. Na doch. Geht. Geht, 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 geht. So, dann haben wir einmal natürlich das Mikrofon. Ist da auch Strom drauf? Ne, ist nicht da. Ach, hier kommen Batterien rein. Okay. Müssen wir noch Batterien gleich raussuchen für das Hardware Video. So. Also Batterien kommen rein. Das ist schon mal gut, dass da Batterien rein kommen. Dann kann man welche mitnehmen. Und ist nicht auf irgendwelche Akkus angewiesen. So. Dann haben wir hier. Das werden wir im nächsten Video auch gleich mal testen. Dann haben wir hier den Wireless Stick. Ich weiß auch gar nicht. Ich muss den erstmal testen, ob der überhaupt ran passt von der Dicke her. Was haben wir denn jetzt hier noch Schönes mit bei? So. Dann haben wir irgendein Gummi. Professionell Mikrofon. Soll das jetzt hier rauf? Aber wozu soll ich das hier rauf machen? Dass es besser in der Hand liegt oder was? Oder zum Hinstellen? Ah, zum Hinlegen ist es. Ah, okay. Mach es mal dann hier rum. Und dann kann man es besser hinlegen. Auch nicht schlecht. So. So. Dann haben wir hier ein USB. Für was auch immer der USB jetzt sein soll. Und eine Klinkenverlängerung ist soja mit bei. Also selbst wenn das bei mir nicht passen würde. Von der Breite habe ich eine Klinkenverlängerung soja mit bei. Das ist ja geil. So. Dann haben wir auch noch einen Adapter. Aus Gold. Für die Großen. Ich weiß nicht wie der heißt. Ich mag wie sowas. Aber ich weiß sowas nicht. Aber wofür ist der USB? Ach der ist zum Aufladen. Ah, okay. Hier auch irgendwo eine Anzeige. Ah, jetzt bringt es blau. Ah, okay. Gut. Der ist zum Aufladen ist der da. Gut. Also haben wir ein Mikrofon. Wir haben ein Ladekabel für. Den Wireless Adapter. Wir haben ein Verlängerungskabel. Für große Anlagen so ein goldenes Ding. Und hier haben wir jetzt halt praktisch DC. Ein bisschen schräg ist da drin. Aber egal. Pair. Also Pair ist halt natürlich kennen wir alle. Pair ist Paaren. Ja. Also wenn es nicht hinhaut. Drückt man Pair. Drückt hier Pair. Und dann sollte das funktionieren. So. Das sollte jetzt auch für das Unboxing gewesen sein. Ich werde jetzt gleich. Mir mal Batterien raussuchen. Batterien rein knümmeln. Und dann werden wir uns gleich im Hardware Video wiedersehen. Wenn wir mal gucken ob das alles funktioniert. Bis dahin. Also wenn es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Aoi. Sagt euer Odin. 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 Odin.